moin zusammen schön dass ihr wieder da seid und willkommen zurück hier zu einer weiteren folge hier auf der mfmarsch am montag 29 müsste sein so und ich hoffe dass jetzt mit der aufnahme funktioniert jetzt endlich ist nämlich jetzt gerade schon der dritte versuch und habe jetzt im endeffekt gerade noch mal in ob er ist noch mal geguckt und es war nicht weil es waren nicht die richtigen einstellungen wie es eingestellt war es hat sich irgendwie hat sich das verstellt ich frage mich jetzt wie ich muss mal eben welche aus hätten wir sind ja beim letzten mal bei dem hier stehen geblieben ich habe jetzt mal nur so zu testzwecken hier so mal meine nur eine baumerei habe ich mal weggemacht es funktioniert mit dem mit dem guten hier das nun mal so nebenher was ich noch sagen kann und oder was ich sehr gerne noch sagen kann ja auch meine erste arbeitswoche habe ich ja hinter mir und die erste hälfte konnten quasi kann man sagen wir sind jetzt wo ich hier sitze aufnehmen am mittwoch und 24 ob ich jetzt heute abend alle folgen ich muss mal gucken vielleicht so zwei drei stück vielleicht und dann morgen haben noch mal weiter ich bin ehrlich gesagt ich bin so grauki könnt ihr euch nicht vorstellen weil ich hätte mir normalerweise jetzt nicht gedacht ich versuche das am wochenende wenn ich jetzt so meine ich will nicht alles sonntag machen zum beispiel jetzt weil ich habe jetzt im endeffekt ja nur den samstag und den sonntag und wo ich jetzt frei habe und ja gut das würde ich gerne sage ich mal anders gestalten könnte man auch sagen so da wir aber im lager beziehungsweise in der produktion hier schon duldig auf hat schnitzel werden wenn wir die ladung schon mal da reinschmeißen es war noch nicht ganz so viel aber mir macht mein obs echt sorgen ich weiß nicht was da schon wieder abgeht das habe ich so eigentlich nie jetzt langsam geht es runter wäre gerade schon über zehn prozent an auslastung also das habe ich nie weiß ich jetzt obs irgendwie beleidigt weil ich jetzt letzte woche nicht aufgenommen habe oder bisschen hier mit meinem lenkt schon wieder eine woche nicht gespielt und wohnen geht alles in bach runter da muss es hin jetzt habe ich echt vergessen wo es hin muss aber wenn es euch interessiert kann ich glaube ich mal so ein klein bisschen erzählen was wir was ich jetzt im endeffekt eigentlich in der letzten woche so alles erlebt habe also ist so einiges passiert also was ich bis jetzt gemacht habe ist ich bin tatsächlich jetzt die länderer gefahren tatsächlich so wie war das jetzt noch mit geräte wechseln das war der und das war der gut dann machen wir mal so und wer tatsächlich noch nie auf so dem ding gesessen hat und wirklich nur hier im spiel wie wir den hier im spiel ja nun auch haben da die skopladung so wir nehmen mal so den den größten den wir hier so im spiel haben so was in der art da konnte ich mit schön oder das interessante an der sache ist ja wenn wir hier im ls spielen wir können das ja schön in der außen an sich alles sehen und tralala und hauptsache wenn du da aber drin sitzt kannst du diese ecke hier hinten gar nicht sehen das heißt wie wo denn dein vorderrad sage ich mal wirklich endet und deine schaufel endet also das muss man sage ich mal wirklich so ganz vorsichtig im gefühl da musst du ein gefühl für haben oder gefühl für entwickeln kann man immer so hammer und was noch auf dem hoch steht ich glaube sowas haben wir hier nicht drin ne hier ist nur der boi wo drin aber wir haben wir haben da jetzt einen jcb stehen hier 57 ich weiß nicht mehr genau wieso ist denn da jetzt ach so also ich habe da echt wirklich in der letzten woche jetzt also für mich jetzt wo ich jetzt aufnehmen also in meiner ersten arbeitswoche können wir noch keine mann so sagen sehr viele eindrückige sammelt was so schlepper technisch abgeht und radlader telelader und sowas der radlader bin ich selbst noch nicht gefahren da gab es noch keine möglichkeit so und ja gut ich sag mal im endeffekt was ich oder was es jetzt eigentlich da genau ist es ist eine biogassonde da ja es ist ja so dass das mehr oder weniger ja stets und ständig immer befüllt werden muss und das machen aber jetzt die noch die kollegen das kennen vielleicht irgendwann mal vielleicht mal sein dass wenn das sich das alles eingespielt hat man muss ja jetzt mal gucken wie das alles läuft dann könnte vielleicht immer noch sein dass ich das auch machen müsste kann sein weiß ich nicht ich glaube entlagern diesmal aus nicht so oder irgendwie geht das nicht runter oder ist jetzt draußen alles voll gucken wir gleich mal da bist du auch so ein tropfen aus dem heißen stein ne hm ok ich was muss denn jetzt karton muss weiterlaufen und wir können ja auch papier wieder aktivieren ne aber da müssen wir noch mal gucken dass wir da hier irgendwie mehr fälle von hinkriegen ok wir werden die mal glaube ich wieder runter fahren also irgendwie ja das ist noch ein bisschen zu heftig muss man eben das lenker noch mal ein bisschen wieder runter drehen ich habe da ich jetzt gerade ein rechner neu gestartet vergessen das ja wieder mit zu starten also jetzt versuche ich jetzt mal die mal auf 20 prozent das ist besser glaube ich ja das kann man sowieso ist besser ok was für mich sehr krass war wenn man also ich habe ja von hier aus gesehen jetzt ja also da wo die folge jetzt läuft ist ja dann schon die dritte woche quasi die ich denn ne da beschäftigt bin also ähm erster tag war wirklich alles nur mit hand und jeepkehre schippe und was nicht was aber wir holen nichts gegen ist ja alles gut und schön wir haben ja mal nachher noch ein kollege noch mal erzählt ja sagt er das so ein ding oder ein tick vom chef am ersten tag kommen die kommen die neuen leute noch nicht auf irgendeiner maschine ne finde ich jetzt auch nicht schlimm an den zweiten tag war wirklich einweisung auf den telelader und da konnte ich so ein bisschen auf dem hof er ist nur so ein bisschen und dann zum namen darin da hieß es denn ähm du musst jetzt eben hier ne hinter dem kollegen mit dem telelader hinterher das erste mal mit so einem ding auf die straße fahren stellt euch das nicht so einfach vor also da hat sich eigentlich fast sag ich mal könnte man sagen ich meine mein inneres nach außen gekehrt weil sobald der vorne anfängt einzufedern dann schaukelt er sich nachher auf also man kann von glück sagen dass diese dinger luftgefedert im sitz haben ansonsten wirst du da rappelig in der kiste also wirklich was manchmal hilft ist ähm habe ich jetzt heute auch noch mal festgestellt äh weil heute musste ich den auch noch mal wieder zum äh ja zum nächsten hof entfahren sozusagen weil ich habe noch nicht so richtig die ähm connection zu dem gerät könnte man auch sagen äh ich bin noch nicht so ganz ganz warm mit dem ding mit dem ding ich bin man kann auch genau so sagen ich bin noch zu langsam ist für die für die jungs noch alles ein bisschen zu langsam wird mit der zeit auch kommen somit fahre ich den dann da hin und er die kollegen laden laden ihren eKW den auf und äh also mit Mist zum beispiel ne also wird von verschiedenen höfen mit dem mein chef denn da irgendwelche verträge hat äh wie die das genau machen ich habe keine ahnung ist auch egal auf jeden fall ne gerät hin hinfahren und äh dann lädt der kollege auf und nimmt mich dann wieder mit zum hof lässt mich dann da wieder raus und äh wenn er fertig ist fahre ich wieder mit und mit dem teleladen wieder ganz einfach äh äh ja das also auch nochmal dazu aber dann muss ich auch noch sagen da wir heute heute also zu meinem Tag wo ich jetzt heute noch am am also am mittwoch wir echt diese woche richtig scheißwetter also wirklich scheißwetter das ist äh richtig mies dauernd nur am regnen also habe ich jetzt gar nicht gesagt erzählt die bäume hier sind weg ne also bei nächster gelingenheit können wir hier nochmal Flug Flug und ne Attacke hab ich jetzt ist da auch schon Dünger drauf ne oh gut dann können wir das eigentlich auch schnell machen hier ne aber ich sehe gerade ah wir haben das jetzt für die Folge auch schon ähm machen wir morgen würde ich sagen ja dann äh dann äh soll ich wieder danke fürs äh ne reinsippen zugucken und dann gerne gerne bis morgen haut rein bis dahin ciao ciao